Ja, 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 ja. Immer da, wo ich bin. Geier, Geier, Geier. Das ist ein Geier. Da drüben ist ein Geier. Wo ich was mit Geier mache. Knarrt nun drauf. Der Geier ist da unten. Der ist unter euch. Aufwärts. Der ist hinten beim Steinzaun. Der ist auf der anderen Seite von der Fabrik. Ich weiß, wie man ist der Geier. Der ist auch ich gar nicht was mit Geierkab. Der ist ein Geierkab. Der ist nicht mit Geierkab. Ich vermisse, dass du da oben weinst. Das ist auch ein Geierkab. es war keine schwitzer er spielten wir richtig brutalen schlitter von den schlechtesten hier auseinander genommen ist wirklich ein richtig guter schwitzer mega spiel wirklich richtig krass für spieler und was ist der? ja das ist grottenschlecht der und spät einfach wir sind für den eigentlich total schlecht ey ey auf ihn alter alter scheiß wir haben auch gesehen er war voll im Kauf simon hat sich schon gelegt doch er hat sich ja nur schild wenn ich ihm die schilddinge geben hab dann komm mal her ja oh mein auch oh cool life jetzt ziehen und dann schießen oh yes der bett der umgekehrt präger präger in den dämpchen k k daher habe ich keine pappen sorge mehr jetzt habe ich einen pump gun munitionsrutsch das ist ja auch echt ein gutes spör hier ist er wieder tot im US jetzt sind wir uns gleich wieder tot guck mal wo er ist jetzt bist du auch richtig an mein full life guck mal wo C1 ist und lass doch mal mit du aufstehen bumm 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 war kaputt ja magisch und ein short wird sichern der kommt gleich ja, verbauch der ist gleich fertig der ist gleich fertig Okay. Ah ja, ist Box Treffen Da ist Box Treffen Ich treffe mich? Ja, ne? Jaa Da wärm dich erstmal in den Modus auf Ja, wir suchten gerade ohne Ich räum gerade auf Oh man Ich bin jetzt zu Hause wieder, ne? Ja Alter Ja, ich hab die durchschwingen den Dressor es war so knapp wieder er kommt ihr zu mir zu korrekt dann kann ich den druck vormachen Ich bin aufs Beult Ja ist auf Bord Schmeiß auf mich deine scheiß Fressen drauf Nur ich verarzt Es stinkt nassig Was kann der Schienbohns hat und das in der Hand ist? Muss taten Der kann ich sprechen Irgendwas mit seinem Zuder und Hetzel Muss man nicht verstehen Das war ein Trieber, neul. Kommt, hopp, da steht ein Liefer, nehm ich zu. da brauchst du es verschlägt er hätte es nicht mehr gehen sollen eigentlich ich hätte auch Musitionsrutschen ich habe auch noch ruhige hände bekommen ja ich habe noch eine aufgabe wildtier reiten komm her Bumba hau die weg, haus Bumba nein, ich muss eine aufgabe machen ich muss eine aufgabe mit den schweinen machen wildtier und wildtier reiten ja, auf wildtier reiten geschafft äh, Maxi wir sind schon besser im Internet haben wie du weil ich bin jetzt bei meinem Bad und er hat ne 100 Highlighten und dann mehr ne 100 Highlighten und Maxi habe ich ein Landhabe hä? 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 ich habe die Kiste geöffnet und dein Hut ist da drin ich habe die Kiste geöffnet und dein Hut ist da drin ja, ich habe die Hauptmaten was ist denn? ja okay ich habe die Kiste geöffnet ich habe die Kiste geöffnet das hätte ich besser macht eine aufgabe ein kassier also nicht wie man seine lobby ist so entspannen Ich glaube, wir brauchen ein paar. Nee, aber... Das ist schon entspannt. Manche von denen sprayen nämlich auch. Ja, ja, ja. Simon hat die gleichen Locken wie ich. Nee, er hat noch eine viel entspanntere. Aber die sprayen halt richtig wenig. Naja... Wo ich mit denen letztens gespielt hab... Wo ich das mit denen losgelegt hab... Alter, fallen die rum! Ja, okay, Wumba hat jetzt noch 100 Leben, Alter. Sona hat ihn halt aufs Café im Grab. Hopp! Ah, noch... Oh, das reinsteigt. Okay. Hallo, hallo? Na, ja, ja... Alter! Das ist eigentlich so laut. Ey, Maxi! Wir müssen was fahren, okay? Na, sag's doch, wenn wir mal so fertig sind. Ich hab hier... Ich hab hier schlechter Kopfhörer. Ein bisschen, ein bisschen lauter bei einem normalen Mikro. Okay? Ja, okay, aber so wird etwas sehr laut. Weil hier ein andere der Hektro ist so schmutziger. Weil hier ein andere der Hektro ist so schmutziger. Weil hier ein andere, die sind schon drei Jahre alt. Simon, du bist grad richtig laut. So ist Malf. Wie ich? Ja. Ich mach das mal Malfa. Nächster? Hallo, hallo? Nächster, was sind Sie hier? Die sind noch immer nicht besser. Hä? ich habe meine ich habe meine ich hole meine neue Hexen weil meine Oma aber hol ich wow Simon hat auch mal ein Kild wie los macht der denn wie komm ich jetzt noch raus Pilze jumpen wie wo Sprungfläche auf diese großen Pilze einfach keine wo wo ich habe ein Gönnungsort ist bei Jobe keiner aber mir ist heilig klügelig ich spiel ähm ich erfahre und Aufgabe erledigt ja 69 30.000 und habe ich schon gesagt ich nehme gerade noch auf äh vielleicht ich ich mach grad ich ich vielleicht er ist noch nicht sicher vielleicht lade ich das auf YouTube mal schauen wie es so läuft mal gucken ja mal gucken schau ich jetzt ich auf 50 auf mittel auf ich schau ho ich soll ich ich das ist komische ich hab es ist schon besser nein nein ich bin halt falscher anverflucht Bei mir. Hier sind welche halt da. Oh nö, ich hält das mehr, okay? Wie viele? Zwei... Das ist ein Zweier-Duo mit einem Raptor. Das ist ein Duo mit einem Raptor. Ich zähle mir alle. Das ist ein Duo. Das ist ein Duo mit einem Raptor. Wir sollen es sein jetzt. Wo können wir hin? Dr. Simon. Ich zähle mich. Der ist da. Ich schiebe mich mal was nicht. Da wo die blaue Markierung ist. Aber ich weiß, niemand spricht. Ich weiß nicht. Soll ich eine Kindersicherung halten? Nein, hilf euch! Ja, ja, ja. Ich brauch halt... Ja, ich brauch halt... Oh, danke! Witzel, witzel! Ab! Ab! Ab, ab, ab! Okay, ab, ab, ab! Das ist ein Buch, Guck, Guck, ja. Hab's offen! Okay, verbisso. du gehst fast drauf an der zone der sagst du heil heil und nix darum der liegt da scheiße ich stehe in meiner zone Ich bin auch verreckt! Oh 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 oh! Max ist weg, Max ist kaputt. Ich hab heule Farbe! Ich habe heule Farbe! Ähm, Simon es musst dich gegen die Zone heilen. Oh, ich bin auch weg. Ich bin auch tot! Jetzt komm mach! Öh! Oh shit! Oh shit, das Leben! Er hat alle Karten! Gut, gut, gut. Ich bin hier noch. Dein Schlürfstack juckt wenigstens. Mach den Schmach. Gut, gut, gut. Mach was. Wenn du das Wasser kriegst, dann hinschreit. Gut. Wo soll ich euch holen? Alter, jetzt ist es laut hier. Ja, gut, gut, gut. Ja, ich bin hier hoch. Da ist noch ein Rufus. Die Bräule, wo soll ich euch hier holen? Die ist nie auf keinen. Es gibt keinen mehr. Okay, ich muss. Ich bin hier vorhin nach Hürochen. Ich bin doch noch frei. Alter. Alter. Schüß, Alter. Ja, da war doch eine Kühlbox. Ja, ich schaff auch ohne. Nö. Nö, die Zone ruft nicht weg. Das wäre doch eine Rettung gewesen. Das wäre doch eine Rettung gewesen. Ach, da kriegst. Fünfmal kriegst du nur ein Stone.